Du willst deine Schulterschmerzen endlich loswerden, dann mache täglich diese drei Übungen, die ich dir mit Ina jetzt zeige. Wir starten gleich mit der ersten. Such dir eine Raumecke. Wir stehen schon bereit. Geh in die Raumecke, nimm die Arme auf 45 Grad nach oben, also die Hälfte von 90 Grad in diesem Winkel. Lehn dich rein, geh mit einem Fuß vor, dass du schön dosieren kannst und dann geh mit deinem Brustbein immer weiter rein. Und fange an zu dehnen. Das zieht in der Schulter, das zieht in den Ellbogen, das zieht in diesem ganzen Bereich, der praktisch nach hinten gedrückt wird. Und dort gehst du erstmal rein und wir lassen es erstmal wirken. Du gehst immer zunehmend rein, du atmest schön. Bleib unter 10 und dann, wenn wir ein bisschen reingedehnt haben, jetzt fängst du an. Und drückst praktisch gegen die Wand. Hier ist ja das Fenster, aber egal. Ja, du drückst gegen die Wand und spannst genau dort, wo du gedehnt bist. Da spannst du mit Kraft rein. Lässt wieder los, gehst ein bisschen weiter in die Dehnung. Die Ellbogen müssen vollständig gestreckt sein während dieser Zeit. Und drückst wieder rein, drückst fest rein, lässt los, gehst weiter rein. Immer wieder ein bisschen dann kommen lassen das Ganze. Du musst ja alles nachgeben, dafür machen wir das ja, um die Winkel wieder herzustellen. Und du drückst nochmal rein. Noch mal reindrücken, fest reindrücken, loslassen und weiter reingehen. Und schon atmen. Einatmen, immer ausatmen, noch weiter reingehen. Bleib unter 10, aber reiz alles nochmal aus, was unter 10 möglich ist. Dann ist der Effekt nämlich total gut. Und dann gehst du langsam wieder raus. Und gleich geht es weiter mit der zweiten Übung. Für die zweite Übung stellst du dich vor eine Wand. Ina, geh mal ein bisschen mit Abstand vor die Wand. Ja, und dann mit einem Schritt vor die Hände an die Wand tun. Genau, bleib mal so erstmal stehen. Jetzt schau, jetzt musst du hier genau die Daumen abspreizen, weil wir brauchen diesen Abstand der Hände. Und streckst die Arme vollständig durch. Und jetzt geht nur dein Schultergürtel langsam auf die Wand zu. Ja, die Hände rutschen so weit hoch wie nötig. Und dann merkst du in der Schulter die Dehnung. Und dort gehen wir langsam rein. Ja, bleib mal so, dass du gut Dehnung hast. Bleib unter 10, geh nicht auf die 10, bleib unter der 10. Aber sei größer als die 8, dass du in diesem effizienten Bereich drin bist. Und das zieht hier in dem Bereich meistens. Du merkst es ja schon. Und erstmal ein bisschen wirken lassen. Schön atmen dabei. Immer beim Ausatmelversuch noch ein bisschen zu steigern. Und jetzt extremieren wir das Ganze noch ein bisschen für die gute Funktion und für die Effizienz. Jetzt drückst du dich mit deinen Händen, oder du drückst besser gesagt mit deinen Händen gegen die Wand, als sollten die Arme so runter. Richtig fest. Und jetzt spannt sich hier alles an. Richtig fest drücken. Loslassen und nach dem Loslassen weiter reingehen. Loslassen meint die Kraft wieder rausnehmen. Weiter reingehen und wieder gegen die Wand drücken. Richtig dagegen drücken. Und loslassen und weiter reingehen. Immer weiter steigern. Vorsichtig, aber deutlich, dass es immer unter der 10 bleibt. Und nochmal, gegen die Wand drücken. Richtig fester gegendrücken. Loslassen und weiter reingehen. Und je fester du gegen die Wand drückst, umso besser ist es. Je fester du drückst, umso besser ist es. Und nochmal, gegendrücken. Gegendrücken. Loslassen und weiter reingehen. Und da nochmal verharren. Schön atmen. Im Atmen versuchen, immer noch ein bisschen mehr reinzukommen. Ja, dass du jetzt direkt unter der Grenze bleibst. Weil dann hast du auch die beste Wirkung. Und wenn du das jeden Tag wiederholst, dann wirst du dich runter, was passiert. Und langsam wieder rausgehen. Jawohl. Und für die nächste, für die dritte Übung, brauchst du einen Stuhl oder eine Fensterbank. Stell dich bitte schon mal entsprechend. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bei der dritten Übung bewegst du die Arme nach hinten. Weil wir es auch viel zu wenig tun. Bitte geh mal an den Stuhl. Jetzt greifst du die Stuhllehne und läufst nach vorne. Bleibst dann mit einem Bein immer ein bisschen hinten. Dass du dich nicht voll drauflegst, dass der Stuhl nicht umfallen kann. Besser ist sowieso, nimmst ein Sideboard oder irgendwas, was nur ein bisschen stabiler ist. Und jetzt merkst du, dadurch, dass die Arme an der Stuhllehne sind und den Körper nach vorne bringst, dehnst hier vorne rein. Bleib mit der Brust ganz geöffnet. Ganz geöffnet bleiben. Nicht so nachgeben, sondern ganz geöffnet sein. Und lauf immer weiter rein, wie ihn das schon wunderbar macht. Und immer erst ein bisschen warten. Steiger langsam weiter. Bleib unter zehn. Aber lass erst mal jetzt den ganzen Geweben Zeit schön nachzugeben. Du wirst dich wundern, wie du nachher nach diesen drei Übungen dich fühlst. Und jetzt drückst du mit deinen Händen die Stuhllehne nach unten. Also als wolltest du die Arme nach vorne holen. Richtig schön reindrücken. Richtig schön reindrücken. Kraft rausnehmen und noch ein bisschen steigern die Dehnung. Noch weiter nach vorne gehen, dass der Winkel hier immer größer wird. Und nochmal, richtig dagegen drücken. Am besten so fest wie möglich. Dein Stuhl darf natürlich nicht kippen dabei. Und wieder loslassen und weiter rein. Und nochmal, richtig festdrücken. Richtig festdrücken. Kraft rausnehmen. Weiter reingehen. Immer hier diesen Winkel vergrößern, indem du weiter nach vorne läufst. Weil dann die Arme ja immer mehr automatisch nach hinten kommen. Bewusst darauf achten, dass alles schön offen bleibt. Und noch ein letztes Mal richtig reindrücken. Richtig reindrücken gegen den Stuhl. Und die Kraft wieder rausnehmen. Nochmal steigern. Unter zehn bleiben. Schön atmen. Einatmen heißt Position halten. Ausatmen heißt noch ein bisschen steigern. Und dann gerade beim rausgehen. Jetzt ganz, ganz langsam wieder rausgehen. Jawohl. Und dann wieder normalisieren. Die Arme ein bisschen schwenken. Ich hoffe, wir hoffen, dass dir das gefallen hat. Es wäre toll, wenn du jetzt die Zeit nimmst, kurzen Daumen nach oben zu geben. Und den Kanal zu abonnieren. Wenn du das noch nicht getan hast, dann wird es höchste Zeit, damit du nichts versorbst von unseren Videos. Deine Einstellen mit dir nichts passiert mir. Denn du bist das Wa Ker边 gibt es den Hausklar.